Hallo zusammen. Ja, ich mache mal wieder ein Video über Politik. Sollte ab und zu vorkommen, ihr wollt sowas ja scheinbar hören. Ich mache das eigentlich nur, weil bald, soweit ich weiß, in etwa drei bis vier Monaten, die Wahlen ins Haus stehen. Und ich mir gedacht habe, komm für den Gartner, mach's doch mal was. So. Zur Politik. Wir sind verloren. Alle. Wir werden alle einen grausamen Tod sterben und niemand kann uns retten. Warum? Nun, lasst mich erklären. Ende Februar gab es zwei sehr aussagekräftige Abstimmungen. Worum ging's da? Reisen wir zurück zum Ende Februar dieses Jahres. Die Grünen haben beantragt, dass die Privatisierung der Wasserversorgung gestoppt werden soll. Damals gab es eine EU-Richtlinie, was soll privatisiert werden, weil freie Marktwirtschaft, bla. Und es wurden natürlich große Reden gehalten. Die CDU und CSU haben sich empört. Es kann ja nicht sein, dass die Wasserversorgung privatisiert wird. Wasser ist ein Grundrecht des Menschen. Wasser ist der Grundstein der deutschen Gesellschaft. Das muss doch erhalten bleiben. Von der SPD, genau. Das muss erhalten bleiben. Es muss ja sein, dass wir freie Wasserversorgung haben für alle. Die Linken, natürlich, haben gesagt, die Genossen, die das Wasser haben, sind unsere Genossen. Alle Genossen brauchen dasselbe Wasser. Und die Grünen haben gesagt, Wasser ist ja Bio, da sind wir sowieso für. Die FDP, als Sporn des Satan, hat natürlich gesagt, so privatisieren, freie Marktwirtschaft ist geil. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, die FDP ist böser als Hitler. Aber das nur so nebenbei. So, nachdem diese großen Reden für Stunden gehalten wurden, gab es eine kurze Abstimmung. Hier ist das Ergebnis. Die CDU und CSU hat fast geschlossen für die Privatisierung gestimmt. Beziehungsweise gegen die Nicht-Privatisierung. Doppelte Verneinung gibt es aber nicht, also für die Privatisierung. Die Frage ist jetzt, wenn die CDU und CSU sich vorhin stellt und sagt, Wasser ist das Grundrecht des Menschen, das muss erhalten bleiben. Wieso stimmen sie dann fast geschlossen dagegen, wenn es wirklich darauf ankommt? Ganz einfach, die Grünen haben den Antrag gestellt. Ja. Dann gab es noch eine schöne zweite Abstimmung. Diesmal ging es nicht um die Privatisierung, sondern darum, ist Wasser ein Menschenrecht. Diese Abstimmung wurde von den Linken angeleiert. Und es wurde wieder viel geredet. Die CDU und CSU hat sich wieder hingestellt, Wasser ist ein Grundmenschenrecht, das muss doch jeder haben im 21. Jahrhundert, das kann ja nicht sein, dass Leute auf der Strecke bleiben, Raubtierkapitalismus ist böse. Dann kam die SPD. Natürlich auch gesagt, ja, Wasser ist für alle da. Das muss doch flächendeckend verfügbar bleiben für alle Menschen. Die FDP war natürlich wieder, sollen Leute das kaufen? Freie Marktwirtschaft, jure. Wenn ihr die FDP wählt, deabonniert mich bitte. Nur so, randentwo. Die Linke hat natürlich für ihren eigenen Vorschlag total Werbung gemacht. Wasser ist für alle, weil Sozialismus und Kommunismus und normaler Menschenverstand und das ganze Zeug. Und die Grünen hat wieder gesagt, Wasser ist bio, das finden wir immer gut für alle. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Die CDU, CSU und FDP haben natürlich geschlossen gegen den Scheiß gestimmt. Und die SPD hat sich enthalten. Jetzt komme ich zu meinem Hauptproblem mit der deutschen Regierung. Sie ist scheiße, weil sie nicht funktioniert. Warum? Nun, wir haben in Deutschland etwas namens Opposition und Regierung. Das heißt, diejenigen, die den größeren Teil der Wählerschaft haben, sind die Regierung und dürfen den Scheiß bestimmen. Und die Opposition hat die Aufgabe, dazwischen zu bürgen, alle Scheiße zu finden, was die Regierung sagt. Und andersrum ist es natürlich genauso. Wenn die Opposition sagt, wir wollen irgendwas, sagt die Regierung erstmal nö. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir nicht noch diese andere Sache in Deutschland hätten. Parteienzwang. Was ist Parteienzwang? Nun, Parteienzwang heißt, wenn ich in der FDP bin und jemand in der SPD sagt, 2 plus 2 ist 4, dann muss ich dem sagen, nein, 2 plus 2 ist 5. Und ich muss auch dementsprechend abstimmen. Was sagt uns das? Wir haben eine Wir-und-die-andern-Mentalität. Ich kann im tiefsten Herzen davon überzeugen, dass das Wasser für alle Menschen verfügbar sein soll. Aber ich werde von meiner Partei geächtet, wenn ich auch so abstimme, wenn die Opposition das vorschlägt und ich in der Regierung sitze. Wir haben einen Haufen Politiker, die gegen ihre Kernüberzeugungen abstimmen und gegen die Kernüberzeugungen ihrer Partei abstimmen, weil eine Partei, die das vorgeschlagen hat, nicht unbedingt die Superpartei ist, die wir gerade super toll finden. Das sieht man so viel sehr schön bei dem Wasser als Menschenrecht. Die Sozialdemokraten enthalten sich, weil man ja die Linke nicht unterstützen will. Also ist die SPD bereit, Leute in den Straßen verdursten zu lassen, nur weil die Linke das vorgeschlagen hat. Hätte die Grüne das vorgeschlagen, wären sie wieder dafür. Ich hasse es, Hitler mit reinzubringen, aber hätte Hitler gesagt, 2 plus 2 ist 4, hätte ich gesagt, ich kann den Arsch nicht leiden, aber da hatte Adolf recht, 2 plus 2 ist 4. Und würde irgendjemand, den ich total geil finde, sich hinstellen und sagen, 2 plus 2 ist 5, da würde ich sagen, du, ich finde dich total super, aber 2 plus 2 ist 4, da hatte Adolf wieder recht. Es hat einen Politiker mit Gehirn, nicht zu interessieren, wer einen Vorschlag macht und wer dafür und wer dagegen ist. Ein Politiker hat die verdammte Aufgabe, für das Volk zu regieren und nicht auf irgendwelchen schwarzen Koffern zu sitzen, die er obskurerweise von irgendwelchen Konzernen bekommen hat. Oder sich einfach mal so quer zu stellen, weil das gerade jemand vorschlägt, den man nicht mag. Ich könnte mich noch lange drüber auslassen, aber im Grunde ist das alles, was ich zu dem Thema sagen muss. Die deutsche Regierung ist bereit, Menschen verdursten zu lassen und ist bereit, gegen ihre Grundüberzeugung abzustimmen, nur weil der Vorschlag von jemandem gemacht wurde, den sie gerade nicht so super finden. Ja, ihr versteht, dass ich davon eine etwas beschissene Laune bekomme, oder? Also, das war es soweit von mir. Ich bin gerade etwas deprimiert und es ist gerade mal 7 Uhr morgens. Also dann, bis zum nächsten Video. Also, bis zum nächsten Video.